Ich arbeite hauptsächlich bei der Caritas. Ich habe aber auch schon in einem Flüchtlingsheim gearbeitet, voriges Semester. Ich habe Englisch und Deutsch unterrichtet. Jetzt unterrichte ich eben Deutsch als Fremdsprache. Ich brauche Kurse für Migranten. Hier habe ich zwei Kurse pro Woche, also Montagnachmittag und Mittwochvormittag. Ich versuche die Leute wirklich dazu zu bringen, dass sie ernsthaft mitmachen, dass sie das auch ernst nehmen, pünktlich kommen, jedes Mal kommen, dass sie verstehen, viele müssen erst lernen, lernen. Was das bedeutet, dass es eben notwendig ist zu wiederholen und Dinge öfter zu machen, gerade in der Sprache. Und dann versuche ich es nun auch möglichst lustig zu machen, dass sie nicht abwechslungsreich, das musste ich ja auch in der Schule, damit sie nicht ermüden. Und ich versuche ihnen schon auch unsere Kultur ein bisschen näher zu bringen. Es ist mir ein Anliegen als Frau, gerade die Minderbehandlung der Frauen ein bisschen stark in Frage zu stellen, was ihren Kulturen kommt. Der Erfolg ist zuerst einmal schon da, wenn die Leute tatsächlich pünktlich und regelmäßig in den Kurs kommen. Und wenn ich merke, es macht ihnen auch Freude zu lernen, wenn sie mir zum Beispiel nachher die Hand geben und sich freundlich bedanken. Und es ist auch schon passiert, dass jemand gesagt hat, der Kurs ist sehr gut, sehr gut. Ja, ich will eigentlich noch Arabisch lernen. Ob ich dann Farsi auch noch schaffe, weiß ich nicht. Ich lerne momentan Russisch, aber ganz bewusst, weil das auch für mich eine fremde Sprache ist, fremde Schrift, um diese Situation auf der anderen Seite ein bisschen besser zu verstehen. Ja, ich habe einen ganz normalen Kurs besucht und habe natürlich jetzt festgestellt, dass ein Unterschied besteht zwischen guten und schlechten Wirkern, wo man richtig leidet, wenn man da im Dunkel gelassen wird. Und ich lerne jetzt aber mit einer ehemaligen Schülerin, einer Armenierin, die bei mir Deutschkurs gemacht hat und die kommt jetzt und spricht mit mir Russisch. Ja, ich möchte schon alle Pensionisten, alle Lehrer, also pensionierten Lehrer auch einladen, denn wir sind ja die Fachkräfte für diese Sache, gerade die Sprachlehrer. Es ist eine sehr interessante Aufgabe, es hilft einem Jung und wenn man lange unterrichtet hat, ich natürlich gerne unterrichtet habe, dann ist das auch eine schöne Arbeit. Also ich mache das sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.